Sie sind also zurückgekommen? Ja, genau, Major. Ich bin zurückgekommen. Geht Ihnen das immer noch nicht in Ihren verdammten Dickschädel? Das Ganze ist eine Farce! Rook und seinen Freunden sind Sie scheißegal, verdammt noch mal. Sie sind geopfert worden, weil die wollten, dass Sie die Diamanten zu mir schaffen. Und Sie wollen weder Ihr Gesicht noch meins länger im Umlauf haben. Wir können zu viel verraten. Ich biete Ihnen eine Partnerschaft an. Ich kann Sie zu einem reichen Mann machen. Ich bin hier, um Sie zu töten. Sie können mich nicht töten. Sie schulden mir Ihr Leben, Michael. Jetzt werden Sie vernünftig. Partner. Sie machen einen großen Fehler, Michael. Jetzt sind wir quitt. Kämpfst du jetzt gegen Frauen, Schweinebacke? Warum tanzt du nicht ein paar Runden mit mir? Das wäre mir wirklich ein Vergnügen. Falls du Manns genug bist. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir sind jeden Tag. Komm schon. Komm schon. Das ist der Verdammte Arschloch! Bringt es, verdammte Arschloch! Lass mich dieses verdammte Schwein abknallen! Nein! Lass mich dieses verdammte Arschloch! 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 Lass mich das verdammte Arschloch! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab sie, ich hab sie. Weißt du noch? Fifty-fifty. Jetzt kann ich mir eine neue Bar kaufen. Ein Moulin Rouge in Malibu. Ja, und ich kann die ganzen Stars einladen. Und ich kann Dom Perignon und Veuve Clicquot trinken, mein Freund. Beluga-Kaviar essen, mir ein Auto kaufen, ein BMW. Mit Autotelefon. Und ich kann mir eine Stereoanlage mit CD-Spieler kaufen. Und ich kann mir ein Haus kaufen. In Beverly Hills. Für uns. Hast du mal was von Calvin Klein gehört? Gucci. Das kann ich mir jetzt alles leisten. Das kann ich mir jetzt saßen. Das kann ich mir jetzt sagen. Hammann. Untertitelung des ZDF, 2020